Oh, mein Gott, ist hier viel. Oh, mein Gott, ist hier viel. Das kann man weg, das könnte ich vielleicht noch gebrauchen. Das kommt da hin und das kommt nach oben. So, und weiter jetzt. Das ist wirklich das Schöne an dieser Axt, die geht einfach nie alle. Ich bin sehr froh, dass ich die gebaut habe, vor allen Dingen mit der, dass ich dieses Moos da gefunden habe, diesen Mossy Stone. Ich habe nachher nochmal nachgeguckt, der scheint ziemlich, ziemlich selten zu sein. Und dieses Miekeleit, das kann ich ja super einfach für die Diamanten benutzen. Ich verballere, ich brauche gleich auch nochmal einen halben Step für, glaube ich. Das macht ja auf jeden Fall Spaß. So, was gibt es sonst Neues für die Zeit, wo ich aufnehme? Ja, ich nehme Fohlenleichnam auf, falls euch das interessiert. Also wahrscheinlich ein Jahr. Nein, kein Jahr. Es ist kein Jahr, das weiß ich ganz genau. Es sind... Fast ein Dreivierteljahr später, glaube ich. Irgendwie sowas. Wird das dann rauskommen. Es sei denn, ich lasse mir irgendwas anderes einfallen und mache das irgendwie anders. Aber wahrscheinlich wird es dann da so gegen Winter rauskommen, diese Folge. Vielleicht auch gegen Sommer. Wer weiß. Achso, ja, und falls ich irgendwann mal so vergesse, mal einen Tag lang ein Video online zu stellen. Es tut mir leid, aber mehr kann ich da auch nicht machen. Ich vergesse es einfach. Und ja, ich mache dann halt auch die nächsten Tage dann zwei Videos. Aber... Ach... Redstone. Naja. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Wahrscheinlich könnt ihr sogar damit leben. Ist ja auch nicht so, dass... Must have pro Tag. Was man... Was ich hier fabriziere. Kohle. Sehr schön. Ich glaube, ich habe noch ein Stack, aber... Kohle. Vor allem den für meine... Nano-Sachen. Indium brauche ich nicht. Silver. Gut, brauche ich auch nicht. Äh, ja. Großer Backpack. Weg mit dem, was ich nicht brauche. Oder was ich auf jeden Fall schon habe. Zu viel. Hier kommt jetzt irgendwie nichts mehr. an Zeug. Keine Ahnung warum. Ich hätte mir Holz mitnehmen sollen. Ich habe nicht mehr allzu viele Fackeln. Ah. Guck mal, was haben wir denn hier? Schönes. Kommt hier, ihr Diamonds. Von wegen. Ich finde wenig. Zumindest habe ich aber ein Wassereimer mit, damit das mit der Lava die letztes Mal auch ein gutes Ende nehmen kann. Und nicht so ein schreckhaftes. Hm. Das macht so viel Spaß. Das Tripmine. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Doch, ihr könnt es euch vorstellen. Aber ich... Ich tue immerhin noch was. Und ihr sitzt dann einfach hier vor und guckt zu und... Ah, spult einfach weiter. Passiert nichts. Wie letztes Mal auch schon. Nicht so viel. So. Ähm. Ja, nehme ich noch. Genau. Hier die mit. Und dann fülle ich auch wieder zurück. Cadmium. Ja, komm. Cadmium kann ich auch noch mitnehmen. Ich weiß zwar nie, wofür ich es brauche. Aber. Naja. Warte. Ich kann es doch mal nachgucken. Und zwar. So. So. Usage. Charpless Crafting. Cadmium. Cut. Usage. Fueled Kanister. Okay. Ein. Zurück. Äh. Da. Nein. Und das. Äh. Usage. Hallo. Also ich brauche das nur dafür. Das brauche ich einmal für ein Fueled Kanister und für das Teil und das. Keine Ahnung wofür. Lauf zurück. Geschwind. Ich möchte nicht mehr in dieser schrecklichen Höhle verweilen. Yeah. Ist was. So. Hopp hopp hopp. Ja. Und wir sind fast wieder draußen. Wie gesagt. Fast. Hm. Zack. Zack. Naja. Ich könnte mir eigentlich auch eine Query bauen. Ich habe mir am Anfang gedacht. Das lohnt sich überhaupt nicht. Weil ich so wenig hier mache. Inzwischen lohnt sich das richtig. Aber. Äh. Keine Ahnung. Ich mache es mir vielleicht später. Ich höre ja auch nach dieser Liste auf. Aber ich höre jetzt nicht auf diese Map zu spielen. Ich spiele sie wahrscheinlich weiter. So privat. Und baue mir dann hier ein bisschen was Größeres auf. Mal gucken wie es dann aussieht. Oder ich speichere diese Map. Und äh. Komm irgendwann mal drauf zurück. Vielleicht wenn. Feed the Beast ein neues Update gibt oder so. Naja. So. Hallo. Erstmal. Hier steht das. Energy. 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 Das Ding. Das Ding klaut hier alles. Ne. Das ist so. Viel Energie. Die hier einfach durchgepumpt werden muss. Ohne. Dass hier irgendwas funktioniert. Weil einfach alles. Energie braucht. Erstmal. Ich kann ja nichts wegwerfen diesmal. Hallo. Ach ja stimmt. Irgendwann. Das ist mir ja kaputt gegangen. Scheinbar mein Macarator. Super. Dann würde ich sagen. Kommt das alles hier in die Piste. Zack. 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 Das kommt auch da rein. Ja unten habe ich ja überhaupt keinen Platz mehr. Mh. Cadmium. Coal. Hallo. Da oben. Hier kommt auch. Das kann nicht hier drinnen bleiben. Stone Dust. Hallo. Äh. Was war das nochmal? Ironpick. Lead. Lapis. Ferris. Soft. Kommt. Das kann weg. Ach die brauche ich ja sowieso. Genau. Ich musste mich Cable bauen. Und zwar. Äh. Cable. Cable. Die da. Genau. Energy. Und Silver Dust. So. Ich brauche zwei. Ich brauche zwei. Ich brauche zwei. einbauen. Wart mal. Wart mal. Ich brauche den Macurator. Scheiße. Boah. Gibt mir einfach. Ich habe mir eigentlich schon gebaut. Ich war nur zu dumm. Nein. Äh. Nein. Keine 64. Nur einer. So. Inventory. So. Da bist du. Stellenlos. Über mir.